Spaß für Kinder Oh, hallo Freunde. Das ist mein Friseursalon. Hallo Nicole. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät dran. Nein, Baby, du kommst genau zur rechten Zeit. Übrigens, dein neues Auto ist ja wirklich super. Danke schön. Du darfst hier Platz nehmen. Sag, Babi, was machen wir heute für dich? Ich möchte was Neues für meine Haare. Ich weiß aber nicht genau was. Okay, wie wäre es denn mit einer schicken Kurzhaarfrisur? Nee, nee, ich möchte ja eigentlich noch längere Haare. Kein Problem, ich kann dir Extensions machen. Und vielleicht eine neue Haarfarbe? Dunkelbraun zum Beispiel? Dunkelbraun? Nee, aber kunterbunte Haare würden mir gefallen. Kunterbunt? So vielleicht? Wie ein Regenbogen? Ja, genau. Aber nur ein paar Strähnchen. Okay. Gefallen dir denn diese Farben? Ja. Barbie, hier habe ich Extensions. Wir kontrollieren mal die Länge. Ja, die passen. Die färben wir jetzt ein. Zuerst Pink. So, jetzt waschen wir die gefärbten Extensions. Wir sind fertig, Barbie. Hoffentlich gefällt es dir. Wow, das sieht ja super aus. Dankeschön, Nicole. Warte, ich mache dir die Türe auf. Dankeschön. Warte, Barbie. Wir wollen doch nicht, dass deine Haare im Wind allzu sehr verstrubbeln. Jetzt kannst du los. Dankeschön, Nicole. Tschüss. Just wonder. Sugere. Untertitelung des ZDF, 2020